Hallo an alle, ich heiße Marta Pichan, ich bin 18 Jahre alt und jetzt möchte ich ein bisschen über sich selbst erzählen. Ich wohne in Lemberg, diese Stadt befindet sich in der Ukraine. Zurzeit studiere ich an der Medizinuniversität im zweiten Studiumjahr. Dieses Jahr möchte ich nach Deutschland fahren. Mein Hauptziel ist nicht nur Geld zu verdienen, sondern auch Kultursitten und Bräuche von Deutschland kennenzulernen, Deutschland zu besichtigen, meine Sprachkenntnisse zu verbessern und dazu neue Freundschaften zu knüpfen. Ich will noch hinzufügen, dass ich hilfsbereit, zielstrebig, teamfähig, energiesvoll bin. Sport zu treiben und viel zu reisen, macht mir wirklich viel Spaß. Endlich lerne ich von meiner Kindheit, darum beherrsche ich diese Sprache wirklich gut. Was meine Berufserfahrung betrifft, habe ich vor drei Jahren als Promoter in der Ukraine gearbeitet. Letztes Jahr habe ich in Deutschland als Kellnerin in Lübeck gearbeitet. Ich will eine Arbeit in der Branche Hotel- und Gastgewerbe bekommen. Wenn Sie weitere Fragen an mich haben, dann werde ich Ihnen mit großer Zufriedenheit beantworten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss!